Ah, kann man nicht mehr erhöhen. Ja, ok, dann bestelle ich nachher dein neues Spiel kurz. Die Frost Hydra ist einfach zu stark. Vor allem mit dem Item noch dazu, dass die Hydra erhöht, Schaden erhöht. Ah ja, und die anderen machen nichts. Die haben eine schlechte Reaktion. Wir sind hier schon seit Tagen. Diese Leute halten nicht mehr lange durch. Eskortiert sie zur Enklave der Überlebenden. Und zwar sofort. Eine prächtige Truhe schon wieder. Die gibt es jetzt irgendwie öfters. Achja, ich werde dann manchmal zwischendurch nach dem 5. Akt auch wieder die Zauberin zeigen. Wie sie den Adventure Mode macht und so. Und vielleicht wenn ihr Bock habt, auch später noch zwischendurch die Zauberin spielen. Einfach mal als Abwechslung oder so. Und ja. Also es wird noch sehr viel Spass machen. Es kommt noch sehr viel. Nach dem 5. Akt. In diesem Let's Play. Wie zum Beispiel die Hellfire Ringe holen. Und ähm. Und ähm. Die Nephilim Tore. Ich weiss jetzt nicht genau wie. Rifts glaube ich heissen sie. Und so weiter. Challenges. Alles mögliche. Alles mögliche. Es kommt noch sehr viel in diesem Let's Play. Also dranbleiben bitte. Uiuiuiuiuiuiuiuiuiiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiui! Schnell, wir müssen meine Freunde retten. Schnell rettet die Freunde. Man sieht es, wie schnell ich gerade die Freunde rette. Ah, der Goblin hat gerade das weisse Item aufgesammelt, wenn es, glaube ich, 10 hat. Und so jemand nennt sich König. Wenn es, ähm... Wenn es 10 aufgesammelt hat, ob das ein Item, eine rare oder ein Unit sogar... König Justinian ist bestimmt bereits aus der Stadt geflohen. Es ist an der Zeit, dass das Volk sich auflehnt. Seid kein Narr. Nur wenn ihr alle zusammenarbeitet, habt ihr eine Chance. Aber dies ist die Gelegenheit, uns vom Joch des Königs zu befreien. Ich könnte Dauerspammen, aber das will ich jetzt nicht gerade, sonst ist es wirklich zu leicht. Ein Exorzist. Das erste Mal auf einen Leichen-Erwecker traf, nahm ich an, ihn besiegen zu können. Dann streckte er den Arm aus und der Boden vor ihm wurde in einem spektralen Licht gebadet. Die Knochen von Menschen und Tieren erhoben sich aus der Erde und kamen auf mich zu. Hey. Eine... Eine rare. Hey. Eure Verteidigung ist nutzlos. So, geschafft hier. Danke für eure Hilfe. Aber das ist noch nicht das Ende. Der König hat uns alle im Stich gelassen. Wenn ihr mir nicht glaubt, lest dies. Sein privates Tagebuch. Und was genau macht das private Tagebuch des Königs in euren Händen? Nun, sagen wir einfach, es kommt von jemandem, dem etwas an uns einfachen Leuten liegt. Ich bin so erschöpft. Warum musstest du von mir gehen, Bruder? Ich war nie dazu bestimmt, König zu sein. Der Adel droht mit Aufstand, um mich seinem Willen zu unterwerfen. Sie werden mir die Unterstützung versagen, wenn ich die Bauer nicht klein halte. Meine Position ist hoffnungslos. Einfach gehen, okay. Wenn er so viel Bock hat beim Abhauen. Aber er soll die armen Leute in Ruhe lassen und den Amtstritt weitergeben. Hier geht es wahrscheinlich weiter. Wie lange muss ich noch halten sammeln, bis der Goblin was... Ich dachte 10, sind doch 10. Ähm, da. 12 sind es, okay. Dann werde ich mal oben durch nochmal gehen. Schauen wir uns das genauer an. Also so linear ist es jetzt auch nicht mehr. Es gibt ja nicht die Fehlergassen. Aber auch ein bisschen verwirrend. Aber die Stimmung ist schon geil, also... Es ist nicht mehr so hell wie z.B. Act 2. Okay, der macht Schaden. Da müssen wir dann aufpassen, wenn wir den Expert spielen. Wo sind wir jetzt? Dann geht es wieder weiter. Ich komme nicht raus. Irgendwie kommen wir gar nicht mehr weit. Ein mindloses Gebiet hier. Okay, hier geht es auch weiter. Werden wir wahrscheinlich im Adventure-Modus dann alles erkunden. Bei Dortmund muss man eigentlich alles erkunden, weil die Gegner immer anders sind und so. Oder wir erkunden... Genau, wir erkunden eigentlich mit dem Tempelbritte dann alles komplett. Wir machen die Story durch. Schauen uns alle Story-Details an. Einfach die Bücher wahrscheinlich nicht, wenn wir sie verpassen. Schon wieder eine... Ja, wer macht die? Ah, die ist gesperrt. Wieder ein paar Sachen. Okay. Gut, eine haben wir. Jetzt brauchen wir noch dieses Siegel zu zerstören. Jetzt haben wir noch etwas Angst. Der war da einfach nicht sterben am Anfang. Und jetzt weckt es wieder. Jetzt haben wir noch genug geknpen uns im Kampf. Hallo? Jetzt gehts wieder. Grosshelm... Ah ja, hat das aufgesammelt. Das ist schon eines der besten Unix. Eigentlich nicht stark, aber der Goblin bringt uns durch die Chance neue Items zu bekommen. Schon etwas cooles. Hier unten ist noch mal ein Eingang. Ist da optional. Der Loyal kann springen und wir haben einen Unix. Da schauen wir kurz mal. Stiefel haben wir noch nicht als Unix. Oh, das sind die Eiskletterer, oder? Nein. Neue Transmodi-Graphikation, okay. Macht halt viel weniger Damage. Ich glaube ein bisschen defensiver. Ich weiß es nicht. Also... Bewegungsgeschwindigkeit hat es auch weniger. Wir nehmen es jetzt einfach mal... So viel Damage brauchen wir ja auch nicht. Lieber ein bisschen mehr defensiver. Pest-Tunnel. Das passt ein bisschen zu dieser Stelle. Ach, wenn es nicht so zum Setting passt. Aber es ist gut. Ich finde es ja nicht alles zum Setting passen. Ja. Die große Pestilenz von Westmark tötete Mensch und Tier gleichermaßen. Die panischen Überlebenden warfen die Leichen beider in die Pest-Tunnel. Die Anwesenheit der Seelen-Ernter hat jedoch viele der dort Bestatteten wiedererweckt. Und die Knochen der Tiere erheben sich nun als Skelett-Kriecher, um die Lebenden zu töten. Die Phantasmen unterscheiden sich stark von allen anderen Geistern, die ich in Sanktuario zu Gesicht bekommen habe. Sie erinnern an niedere Dämonen. Jedoch werden die Seelen von Dämonen immer in den Höllen wiedergeboren. Ich vermute, dass es sich bei den Phantasmen um die Überreste früher Nephilim handelt, in denen mehr Dämon als Engel steckte. Okay. Sie sehen eigentlich noch relativ cool aus, solche Geister, die einfach mal rot sind. Herzzerreißer. Leute, nimm's auf. Immer noch kein Item. Oder war das jetzt das... Nein, das Unique war von einem Gegner. Komisch. Dominanz. Jetzt Tabo, komm. Ja, jetzt hat's eins getroppt. Cool. Schauen wir mal. Ja, viel weniger Damage. Nicht gut. Die Musik ist ein bisschen zu laut. Hm, geht irgendwie nicht gut runter. Okay. Ja, lachen du. Hier hast du deinen Kollegen. Boah, hat er viele. Schauen wir mal an. Schauen wir mal an. So. Den haben wir. Habt ihr gesehen? Es ist noch ein Rubin, also ein Hölderstein gespawnt, nachdem ich sie aufgesammelt habe. So. Sind das Mäuse? Oder sind das Käfer? Das sind Mäuse. Okay, hier unten ist auch nichts. Kann es sein, dass das jetzt nicht optional ist. Kann es sein, dass das jetzt nicht optional ist. Keine Ahnung, das sieht so aus, dass wir das ja nicht optional wechseln. Kann es sein. Okay, es legt wieder kurz. Hm. Jetzt gehen wir mal kurz hier nach oben. Haben wir alles? Ja. Lol, wie die brennen. Wie fühlt sich das an? Die Hydra macht alleine eigentlich so viel Damage wie eine andere Held. Das würde ich ein Multiplayer sein oder so. Okay, jetzt einen Schrein. Gunst, cool. Dann geht es auch weiter. Es ist schade, dass die Wege nicht gekennzeichnet sind oder so. Dass man sich nicht immer verliert, wenn man mal durchraschen will. Und so Riesengebiete haben einfach was Negatives. Also irgendwie haben die Menschen ein Problem hier in Westmark. so einen Pest-Tunnel zu machen. Da fühlt man sich schon ein bisschen verarscht. Und steht eine große Herausforderung bevor. Mir kommt noch genug Level, also EP Übel. Man levelt relativ schnell. Ich weiß jetzt nicht, ob das negativ sein soll oder positiv. Ich hätte schon gewollt, dass es mehr als 10 Levels mehr gibt. Aber darum geht es ja noch Faragon. Und so weiter. Okay, ich musste die Truge nicht aktivieren. So, schauen wir mal. Kältefähigkeiten machen. 6% mehr Damage. Ja, das ist aber weniger, wie den Damage, den ich verliere. Ich habe hier ein besseres Item. Okay, das waren doch nicht so lange Wege. Gehen wir noch kurz runter da. Die Schuhe sehen irgendwie so hippiemäßig aus. Irgendwie zu modern für dieses Spiel. Okay, hier geht es auch weiter. Jetzt verstehe ich nur noch Warnhoff. Okay, langsam wird es doch ein bisschen schwerer. Also nicht schwerer, ob die Gegner haben wir mehr Leben. Dann bessere Fähigkeiten. Schauen wir uns um hier. Das ist irgendwie so eine... Leichengruben oder so. Ja, und jetzt wir sind noch besser, hä? Lol, wie viel kommen hier? Feuerschlag. Zeit verlangsamen. Nur zwei? Nein. Nur ein Level, dann bekomme ich einen Frostschuss. Frost Nova. Äh... Frost Sphäre. So. Pest Tunnel. Das Knochenlager. Oft auch als Pest Tunnel bezeichnet, diente ursprünglich als Bestattungsort der mittellosen Westmarks. Als jedoch die große Pestilenz ihren Lauf nahm, entschied die Stadt, dass die Tunnel ebenso gut für die Pestopfer verwendet werden könnten, um Westmark nicht in der steigenden Anzahl an Leichenhaufen ersticken zu sehen. Ah, 55 ist Frost Sphäre. Dann jetzt 53. So viele Knochen. Ob sich die Angehörigen dieser Toten fragen, was aus ihnen geworden ist? Hat es ihnen Kummer bereitet, dass sie sie nicht bestatten konnten? Ähm, wo hat er das rausgenommen? Und wo ist das? 54, ok. 54 und 55. Ok, hier geht es weiter. Und es lag wieder, sorry. Ok. Ok, es geht wieder. Hm. Dann durchsuchen wir noch den Rest hier. Und schau wieder, ob die Musik so unangenehm lag. LOL. Hier kommen überall Mäuse raus. Nimm den Felsbrecher. Nimm ihn. Nimm ihn. Dummes kleines Kerlchen. Nimm ihn nicht mehr. Felsbrecher. Jetzt. Ach, nervt nicht. Dann kann ich ja auch ein bisschen übertreiben mit den Fallen, oder? Sind zwar ähnlich die vom dritten Akt, aber trotzdem ohne irgendwie eine Ankündigung so extrem Flammen zu schießen hat schon ein bisschen etwas Beängstliches. Zwar erschrecke ich nicht so schnell, aber wenn es dann plötzlich um meine Zauberin geht, dann muss ich sogar noch erschrecken. Ok, man sieht am Boden wenigstens, dass was kommt. Da muss ich ja auf den Boden achten. Das habe ich jetzt nicht gesehen. Was haben wir hier unten? Ich meine, wenn ein Schatzgoblin ist dann, weil er kichert. Ich meine, wenn ein Schatzgoblin ist dann, weil er kichert. Und zu Schatzgoblin. Knochen. Ja, das ist egal. Knochen. Ach toll. Knochen und... Also gehen wir weiter. Richtig cool. Hier unten. Aber... Ja, doch die Gegner ist es nicht unbedingt mein Lieblingsgebiet. Nerven schon vor allem die Ratten. Und die Fallen. Und diese haben mich auch nicht so gern zu schnell und dann noch Tanks und alles mögliche. Aber diese Gebeine sind uralt. Seht nur, da drüben. So eine Kreatur hätte ich mir meinen kühnsten Träum nicht vorstellen können. Na was? Ich übertreibe es jetzt wieder mal, diese Nano-Schon-Geschichte. Ich finde die am sympathischsten von den Begleitern. Und eventuell auch am stärksten. Je nach Skillung habe ich es jetzt nicht auf stärkiges geht. Weil ich will ja eigentlich die Gegner töten. Ich habe mich gerade erst auf. Ich bin noch ein bisschen leise. Also irgendwie habe ich das Gefühl, dass das ein bisschen zu laut ist. Oder ich habe wieder extrem sensible Ohren. Kann auch sein, weil ich habe meistens ein überdurchschnittliches Gehör. Was für viele wahrscheinlich ein positiv im ersten Blick Ding. Aber für Leute die so gut hören, ist das wirklich eine Qual. Weil jedes Geräusch sei es ein Zwitschern von einem Vogel oder das Höhen des Windes beißt in euren Ohren. Das ist nicht gerade gut. Das ist nicht gerade so. Der kotzt den Raten oder was ist das? Oder waren es einfach die Raten, die aus der Kanalisation kamen oder so? Okay, hier ist auch nichts. Ich finde es schade, dass immer die gleichen Landschaftsteile sind. Diese Dinge haben wir auch schon gehabt. Sehr schade, Blizzard hat die wieder kein Bock gehabt. So, bitte. Ja, der beschwert Ratten. Oh, du kotzt sie aus. Ich habe keine Chance, geht doch weg. Hier ist eine Fangsfremde, nehmen wir gleich. So. Gehen wir mal hier durch. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Okay. Hat jetzt mein Edelstein geklaut, also habe ich den angesammelt. Ist nicht gerade gut an unsere Edelsteine. Weil die sind ja eigentlich auch weiß. Aber da müssten die Trimmerteile eigentlich auch angesammelt werden. Okay, ich wusste, dass das oben weiter geht. Okay, ich wusste, dass das oben weiter geht. Okay.